Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Avon Colony. Mein Name ist der Ed, ich begrüße euch ganz herzlich. Wir haben hier ein Problem. Reparieren. Und aufrüsten. Wir haben ein kleines Problem hier und zwar, dass wir nicht genug Eisen und so weiter haben. Das ist immer so ein bisschen tricky hier. Aber wir arbeiten natürlich dran. Kann ich mit dir weitergehen? Ja, kann ich. Sehr gut. Wollte es natürlich auch schön haben, sag ich mal. Wir sollen noch ein Einzelhandelskaufzentrum bauen plus ein Hochhaus. Klar, kein Thema. Da muss alles hin. Aber ich wollte auch noch mal eine Chemieanlage bauen. Ähm, die brauchen wir nämlich auch noch mal. Das ist ein Dringens. Mühlen haben wir genug. So mal eine Chemieanlage. Du musst ordentlich produzieren. Und jetzt sparen wir mal auf dem Hochhaus. Also eigentlich. Nanomedikamente. Seuchenimpfstoff. Und den Rest können wir noch nicht bauen. Aber das kommt. Das kommt. Gut, gut. Nahrung. Ist klar. Im Winter geht es runter. Aber alles andere läuft. Einzelhandelskauf. Einzelhandelszentrum. Wo habe ich denn das? Das habe ich doch hier hingebaut, oder? VR-Zentrum. Einzelhandelszentrum. Könnten wir auch noch mal aufrüsten. Wo wir schon dabei sind. Und außerdem. Brauchen wir hier hinten auch noch mal einen. Hoovercraft. Damit wir da weitermachen können. Ähm. Genau so wäre das toll hier unten. Wenn die Leute auch hier hinkommen würden. Wie geht es hier aus? Okay. Da sind sie fleißig dabei. Wunderbar. Zuwanderungszentrum. Handelszentrum. Hochhaus. Komm. Was brauchen wir hier oben? Hier hinten, um genauer zu sein. Wie sieht es aus mit der Kriminalität? Sieht noch sehr gut aus. Kein Problem bisher. So. Hochhaus steht. Gut. Fühlt sich auch gut. Also rüsten wir es gleich mal auf. Machen wir es richtig groß. Der ist in Ordnung. Der ist voll ausgelastet. Sehr schön. So. Was haben wir hier? Gewächshaus. Die bauen Kelkosporen an. Okay. Ich will noch mal welche haben. Szeno. Hätte ich ganz gerne. Ähm. Da ist noch ne Dings. Ne, ne, ähm. Mine. Na, veranda. Wir brauchen noch mal. Äh. Äh. Wir nehmen noch mal. Hm. Wir nehmen die Mine noch mit. Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Viel Eisen. Ja, sehr gut. Viel Eisen. Baudrohnen. Mal wieder. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gehen wir mal auf Priorität hoch. Komm. Mach fertig. Schnell, 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 schnell. Stop. Und auf Gebläse-Modus. Weg damit. Wollen wir hier nicht. Na, komm. Ah, Geo-Termal. Wo ist das denn? Ach, hier unten. Na. So. Und randa. Und wir brauchen hier noch mal ein Läutchen. Und jetzt ist es wieder problematisch mit dem Strom. Wahnsinn. Aber das Gute ist, hier ist Sorium. Ja, ich weiß, dass es problematisch ist. Wir arbeiten noch dran. Warte. Wir haben ja die Möglichkeit, mit Speicherenergie erstmal weiterzulaufen. Ernsthaft? Komm, weiter. Wir brauchen dich hier. Nachschubkapsel verwirkbar. Das ist gut. Nehmen wir natürlich gerne mit. Die brauchen wir jetzt auch mal. Weil wir nämlich schon wieder Naniten-Probleme haben. Ach, komm. Repariere. Wie geht's aus? Bist du mittlerweile da? So. Jetzt brauche ich wieder. Baubots. Mach hinne. Umso langsamer haben wir auch ein bisschen Probleme, was die Nahrung angeht. Da müssen wir jetzt wirklich nochmal nachlegen. Aber ohne Strom. Schwierig. Ähm... Ba, 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 ba. Komm, es gibt nochmal ein paar Melonen. Es ist Zeit für eine Referendum-Election. Schön, Melonen-Felder. Ähm... Gerste haben wir null. Ist echt ein bisschen armselig. Ähm, da müssen wir nochmal nachlegen. So, zack. Ah, hier ist nix. Ja, wohl doch. Könnte man. Brauchen wir hier mal ein paar Gerstenfelder. Damit ordentlich produziert werden kann. Jetzt brauchen wir natürlich hier noch... Unbedingt noch eine... Die Lasermine will ich nicht. Die baut das zu schnell ab. Dich brauchen wir. Das ist gute Nachrichten. Deine Bürger sind glücklich mit deiner Performance. Und ich denke, Sie haben eine gute Chance, dieses Referendum zu gewinnen. Gut. Eisen. Die haben noch ein bisschen. Sind aber auch schon ziemlich runter wieder. Eieieiei. Na, komm. Kriegst du dein Gebäude. Hier ist deine nächste Population. Gut. Ich hoffe mal, dass wir jetzt mal das Problem in den Griff kriegen könnten. Ähm, mit... Mit dem Strom. Dafür brauchen wir den Soil im Generator. Der kostet mal eben 86 Naniten. Aber das sollte nur eine Frage der Zeit sein. Aber die Farmen laufen hier auf Hochtouren. Das ist gut. Ich glaube, du bist auf der Weg, dieses Referendum zu gewinnen. Aber hier ist das Feedback, das ich von der Zeit verabschiedet habe. Okay. Probier mal. Zeno-Schein bauen wir mal. Keiko-Schlamm. Moment. So, Gewächshaus ist okay. Mühle. Können echt immer noch nicht Entari. Ah, uns fehlt das Mehl. Unglaublich. Wir haben das Sorium. Sehr gut. Das heißt, wir könnten jetzt den Generator anschmeißen. Werden wir auch gleich mal hier mit hin basteln. Und dann haben wir erstmal keine Stromprobleme mehr. Seuchen-Sporen. Ei. Ei, 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 ei. Nicht gut jetzt. Das heißt, wir brauchen mal Verteidigung. Gibt's auch. Kein Problem. Ähm. Bak-ba-ba-ba. Bau-Morning. 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 Fertig. Ich wünsche, wir haben eine gute Chance, bei diesem Referendum gewinnen. Der Turm. So, jetzt brauchen wir noch den Schutz hier. Der ist im Betrieb. Sehr schön. Dann kommt der noch hier hin. Und dann bauen wir weitere Felder. Wir brauchen die erste vier Kolonie. Mais haben wir gar nichts. Da müssen wir auch nochmal nachlegen. Und dann müssen wir hier auch auf jeden Fall nochmal ein paar Leute hinbekommen. Dahinten ist schon wieder Alarm. Wie sieht es denn aus mit den Arbeitswegen? Ja, das ist hier natürlich richtig doof. Ja, das hier ist richtig, richtig doof. Okay, das müssen wir nochmal ändern. Kriminalität sieht noch akzeptabel aus. Kein Problem. Luft. Ja. Ist auch noch okay. Warum wird hier nicht repariert? Ich habe dir doch den Auftrag gegeben zu reparieren. Oder etwa nicht? Haben sie wieder ausgeschaltet. Gut. Mal zusehen, dass wir die Leute hier reinkriegen. Dass sie sich besser verteilen. Hier gehen wir folgendermaßen ab. Mal zusehen. Komm schon. Sehr gut. Läuft soweit ganz akzeptabel. Kann ich nicht leisten gerade. Okay. Strom haben wir aber genug momentan. 16. 4 von 16. Meine Güte, das wird noch sehr interessant werden. So. Jetzt müssten wir ja eigentlich genug Mehl und so weiter haben, oder? Oder? Müsli. Du kannst doch Müsli herstellen. Finde ich schon mal super. Machen wir uns Müsli. Pasta. Null Mehl. Mehl wird aus Weizen. Das ist echt böse. Chemieanlage. Mais-Sirup. Bau das mal. Sternenschein nehmen wir auch mit. Lagerhalle. Lagerhalle. Die Lagerhalle. Wo bist du? Gibt eine kleine. Hier hinten. Mal ein bisschen die Lücken füllen. Schaden tut es nicht. So. Als nächstes müssen wir zusehen, dass wir noch mal ordentlich was rankriegen. Wasser ist so ein bisschen tricky gerade. Habe ich so ein bisschen den Eindruck. Okay, wie geht es denn hier aus mit der Mine? Auch nicht mehr so viel, ne? Das ist auch ein bisschen tricky. So, die Mine. Was ist das hier? Eisen. Okay, da ist der Nächste. Ähm, Ressourcen. Wir brauchen noch ein bisschen was. Bergbau. Nehmen wir ein bisschen Stoff. Dass was zusammenkommt. Komm schon. Dann hast du denn wieder Probleme. Hier ist die Luftqualität zu schlecht. Ah, nicht gut. Nicht gut. Nicht gut jetzt. Jetzt kommen wir ein bisschen in den Problemmatics. Ähm, Baupriorität hoch. Ähm, Luftfilter wäre auch super. Da müssen wir noch einen Moment warten. Wir geben noch mal Gas. Weg mit dem Zeugs. Stopp. Puste erst mal weg. Weg mit dem Krempel. Komm, das soll gar nicht ran hier. Mach's weg. Da kommt Luftfilter noch. Die Lagerhalle wird auch schon wieder voll. Jetzt kommt auch ein Splittersturm. Die wird wahnsinnig. Das ist wahnsinnig. Das ist irre. So, hier gibt's Morisch-Sporen. Und wir brauchen noch mal ein Lager. Das konnte wir größtenteils jetzt immer abfangen. Ah, zack. Und nochmal ne Farm. Ähm, dann gibt es hier auch nochmal Dienbchen. So, nur für den Fall der Fälle. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall nochmal Ressourcen beziehungsweise Lagerung. Äh, wo bist du denn? Wo bist du denn? Ich suche es jedes Mal, ne? Also, es ist immer so ein bisschen tricky. Mühle, Lagerhalle, Schritte 3. Da brauchen wir auf jeden Fall nochmal was. Kommt hier noch mit hin? Damit wir weiter einlagern können. Nahrung niedrig? Ja, ich weiß. Ich arbeite dran. Das kann doch hier nicht mehr sein, oder? Ganz ehrlich. Aber doch. Wo? Äh, dann müssen wir nochmal gegenhalten. Aber sowas von. Ja, komm. Theoretisch müsste sich jetzt was tun. Hier ist auch nochmal schlecht. Da gibt es hier auch nochmal was. Da ist nochmal eine Eisen-Vorkommen. Was wir nochmal brauchen ist... Farmen, glaube ich. Und wir gehen jetzt mal dorthin. Und will gar nicht wissen, was das gleich war. Okay. Probespuren kannst du haben. Ist in Ordnung. Ähm... Nächste. Oji. Oji. Kelko haben wir genug. Pentari haben wir gar nichts. Pentari haben wir gar nichts, ey. Was ist da im Bau? Äh... Es gibt ja noch eine Hoover Station, damit ihr hier auch was hinkommt. Giftige Abgase schon wieder. Äh... Ja, von da hinten. Das stört mich nicht, bis die hier sind. Ist das alles kein Problem. Aber, liebe Freunde, wir machen erst weiter im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hinterlasst doch einfach ein Däumchen nach oben. Damit helft ihr mir. Damit helft ihr den Kanal. Und, äh... Ansonsten bin ich für heute raus. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed von Edgaming.tv. Bye, bye. Euer Ed von Edgaming.